Hallo, ich bin die Franzi Stiegelmeier und heute stelle ich euch mein Erfolgspferd vor, Lukas. Ich kenne Lukas schon seit der Geburt sozusagen. Ich habe seinen Vater schon geritten und der war auch hier auf Station aufgestallt und dann gucken wir natürlich immer nach guten Fohlen und Lukas war eins davon. Er ist hier zehn Minuten von hier entfernt bei Hans und Heidi Volkert aufgewachsen in Rittersbach und ist dann nachdem, was ich von seiner Mama trennen musste, bei uns eingezogen und hier auch aufgewachsen. Lukas war schon immer so mein Kuschelpferd als Fohlen, als Jährling. Ich bin schon immer zu ihm hin und habe mich einfach mit ihm beschäftigt und dann war ich ja als Erdreiber war ich ja dann auch schon 15 und dann hat Papa gesagt, okay, ich lasse dich jetzt den reiten, auch schon als Dreijährigen und auch Bundeschampionat, weil wenn du es nicht machst, dann lernst du es nicht und ich denke, das war auch eine richtige Entscheidung. Und so sind wir halt einfach zum richtig starken Team zusammengewachsen von klein auf und ich denke, das macht uns auch aus. Also es macht mich schon besonders stolz, denn man sieht es bei vielen und auch schon damals bei den Ponys und immer haben halt immer viele Bereiter auch gehabt und selber habe ich mir klar, wie ich jünger war, waren die vielleicht erfolgreich und ich habe mir gedacht, komm, warum reitet mir keiner die Pferde, dass ich nur... Aber irgendwann lernt man dann echt, dass es viel mehr wert ist. Die stellen sich so fein auf den jeweiligen Reiter ein und selbst wenn einer sogar besser reitet als ich, ist es trotzdem das Bein an der anderen Stelle oder das Kreuz ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Es wird einfach nie so eine perfekte Abstimmung sein, wie wenn ich es wirklich selber mache. Ich kann auch nicht losfahren und sagen, ich kaufe mir jetzt einen Achtjährigen, der ganz viel Qualität hat, weil es einfach finanziell nicht drin ist. Und man sieht es jetzt bei meinen Jungen, die sind jetzt auch Achtjährig und jetzt wollen sie die kaufen und ich kann sagen, ich habe mir die selber gemacht und ich gebe es jetzt nicht her. Und bei Lukas ist das das Gleiche. Dreijährig, klar, der ein oder andere ist sicher, will immer irgendeinen Jungen kaufen, aber es hätte jetzt niemand gedacht, dass das aus ihm wird. Und jetzt plötzlich sagen sie, oh, der ist aber toll geworden. Können wir den nicht kaufen? Und jetzt kann ich auch sagen, nein, solche Pferde kann man sich halt nicht kaufen. Früher haben auch immer viele zu mir gesagt, ja und ohne das Geld, das schaffst du nicht. Das schaffst du nie. Da ist so viel Geld in dem Sport. Kannst du dir abschminken. Und jetzt kann ich immer sagen, siehst du, man muss einfach nur hartnäckig sein und auch mal die ein oder andere Klatsche einstecken und dann kann man es trotzdem schaffen. Jetzt habe ich euch was über mein Erfolgspferd Lukas erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch, wie es bei mir angefangen hat.